ja hallo freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video der kanal supra core hat aufgerufen bei seinem giveaway mitzumachen 600 abonnenten giveaway herzlichen glückwunsch an der stelle schon mal auf die nächsten 600 und wir sollen ein video drehen in dem wir alle unsere messer mal auf einem bild in einem video zeigen und kurz vorstellen das gestaltet sich bei mir eigentlich recht einfach da bei mir unheimlich viele messer immer in der rotation sind und meistens sind gar nicht so viel da wie die meisten leute immer denken ich kriege oft die e-mails mit der frage wie viel messer hast du schreib doch mal oder mach doch mal ein foto wenn ich dann immer nur sag meistens passen alle meine taschenmesser in eine 12er böcker messertasche dann sind die meisten wirklich immer erstaunt ich habe natürlich noch ein paar messer mehr im haushalt aber die sind entweder irgendwo verstaut verbaut versorgt zum beispiel das walter 10k ist gerade im auto und dann habe ich natürlich schon einen haufen messer sind schon in der weihnachtskiste für das nächste giveaway an weihnachten und andere messer in der verkaufskiste zur kanalfinanzierung aber hier jetzt einfach mal meine aktuellen taschenmesser und fixplätze die ich hier so habe und auch in der rotation immer wieder mal verwende ja gut ist jetzt hier eigentlich noch nicht und das hier hat eigentlich meine froh geschlagen dann fangen wir doch gleich mal mit dem an das kennt man ja noch ein schönes custom fix von karl raimund wüsteneisenholz 10 cm klinge 10 cm griff kein schnittschnack ich wollte damals kein lanyatrol oder keine chimping oder irgendwas sondern einfach nur super schön glattes design ich weiß gar nicht wieso ich das eigentlich nicht öfter so wenn ach so genau stimmt das hat meine frau ja ich glaube das muss ich hier wieder mal abluxen wieder mal raus geben muss ich das wieder mal mitnehmen das ist einfach zu schön um es nicht zu verwenden macht sich natürlich auch gut in der vitrine aber erstens habe ich keine und zweitens die messer soll man verwenden sehr schönes messer ich werde mal den kanal auch zu seiner facebook seite drunter hängen natürlich auch der link zum giveaway hier macht natürlich noch mit das habe ich dann natürlich vom agento immer noch mein guter alter fränkischer kampfklopper 42 5 mm o2 stahl richtig schwerer kawenzmann komisch meine fixplätze wo ich momentan habe sind alles selbstgemachte handgemachte hier noch eine alte geschichte vom leppus die buschbeil aktion und da hat mir auch der agento eine scheide dafür gemacht cooles kleines messerchen auch gut für die küche nehme ich als gern für so zwiebel knoblauch kräuter geschichte der stahl der kohlenstoff stahl reagiert extrem auf tomatensaft habe ich schon gemerkt krass aber kriegt man schön scharf dieses teil ja und macht immer wieder spaß das alte buschbeil rauszukramen ich glaube ich muss den griff wieder mal einölen das sieht schon wieder ein bisschen trocken an cooles kleines mini bein und dann noch jetzt habe ich mir meinen bruder gebastelt aus einem alten eisernen fensterrahmen so ein großer hillbillier klopper war sein erster versuch aus dem kirschbaum den er selber gefällt hatte ein stück holz hat sich jetzt leider noch ein bisschen zusammengezogen war wohl nicht 100 prozent getrocknet braucht glaube ich wieder mal ein bisschen öl cooles teil muss ich sagen habe ich aber noch nie verwendet eines der wenigen messer das noch nicht verwendung gefunden hat so aber jetzt zum eigentlichen zu den taschenmessern muss man mal gucken ob auch schon alles auf dem bild ist obwohl ich sie nämlich gleich aufs display gestaltet sich eigentlich sehr einfach in zwölf messer jeweils drei verschiedene typen fangen wir doch mal hier unten an da sind meine victorinox lieblinge der craftsman ein sehr cooler sechs layer mit extrem vielen praktischen werkzeugen ein layer kleiner als der swisschamp aber ich finde es von der werkzeugauswahl wirklich perfekt dann mein allererstes taschenmesser das hansmann hat mal neue griffschalen bekommen ist jetzt seit 31 jahren im einsatz sehr cooles teil und mein schöner kleiner neuerdings immer dabei zusätzlich in der hosentasche hat das kadett abgelöst das einfach bei fast gleichen abmessungen 50 prozent mehr werkzeug hat wirklich zwölf nützliche utensilien an diesem kleinen teil sehr praktisch in der hosentasche dreimal schweizer taschenmesser dann kommen hier weitere drei kleine klassische taschenmesser mit einer klinge schönes case soapbuster mit den braunen knochengriffschalen dann haben wir hier noch das neue spider co chaparral in dieser wie auch immer carbon auf g10 griffschalen im moment mein einziges spider co sehr schönes kleines elegantes taschenmesser und natürlich ein extrem robustes und zuverlässiges messer muss ich sagen nach dem letzten test also mit so einem sebenser kann sie wirklich alles machen leute die dinger sind nicht für die vitrine die können wir wirklich richtig ran nehmen und auch hier ist kein stahl insert drin hier im frame hier greift titan auf stahl und das funktioniert muss wohl die sache der geometrie der mechanik des herstellungsprozesses einer die dinger sind halt wirklich einfach gut was hat mal einer gesagt der bei chris rief im shop war der aus der flugzeugindustrie kommt dazu ihm gesagt hat mensch ihr arbeitet ja hier noch mit geringeren toleranzen als wir im flugzeug bauen also diese messer sind nicht umsonst so begehrt und so teuer die sind wirklich ihren preis wert man muss sich vielleicht erst mal an so ein messer gewöhnen und noch mal die scheu ablegen auch teure messer zu verwenden jetzt hier meine tante ausführung kauft euch so ein teil lasst euch den pin entfernen und schön zu machen dann geht es hier weiter mit drei messer und zwar große klopper die bei uns 42a konform sind der bücker aus solingen titan worker hier griff alles aus titan mit kader wir haben einen kleinen clip dran gemacht finde ich sieht besser aus wie der lange der bis runter ging guter 440 c jammer nicht immer über den 440 c ich mache mit euch eine wette ein guter 440 c steckt eine harte beanspruchung besser weg wie das hightech material wenn ihr es nicht glaubt probiert es aus nehmt euren pulvermetallogischen 500 dollar klopper macht eine dose auf und nehmt ein 440 c und macht mal eine dose von der sauerkrautdose aus dann werdet ihr sehen dass das eine 440 c klinge so gut wie nichts ausmacht ich habe letztens mit einer winzig kleinen 440 c klinge an einem mini taschenmesser die videos werden irgendwann bekommen eine dose aufgemacht und die klinge hatte keine spuren keine 440 c ist ein guter stahl v8 am nächsten schöner mackinek hunter cold steel aber made in taiwan gibt es leider nicht mehr ist schon nicht mehr im katalog 2015 drin schade hat ein ziemlich kurzes gastspiel finde ich aber cool schöner klopper gibt es auch die größere variante der loan star handhaber mit 4 zoll klinge ich hatte ihn schon mal der war mir dann fast zu groß hier der mackinek hunter finde ich schöner schöner klopper schön mit clip und natürlich hier neuzugang aus sofia bulgarien von manly das comrade sehr cooles teil preis leistung absolut top bei uns egal inzwischen muss ich echt nur sagen ich habe wirklich nur ein einziger kritikpunkt an dem messer das sind diese drei klingen stopps die sind definitiv zwei für zu viel also den ersten klingen stopp und den dritten klingen stopp kann man wirklich weglassen ein 90 grad klingen stopp als sicherheitsfeature würde eigentlich reichen der slip joint aber mit einer extrem viel also das habe ich noch nicht gesehen also super cooles taschenmesser bei uns wird vielleicht demnächst ein deutscher händler im shop aufnehmen müsste also nicht mehr aus dem ausland bestellen gibt es vielleicht demnächst aus einem deutschen shop aber dazu mehr wenn es soweit ist weiter hier ein japaner mkusta sehr große grooves an den griffschalen aber sehr gut in der hand mehr so stilettartige klingen feiner schneidteufel wie g10 stahl made in japan seki city made in japan jetzt ein cooles Teil schöner japaner aber halt ein handmesser hier kommt noch eins ebenfalls ein cooles teil ein Benchmade kryptilien in kuskadi full carbon umbau wirklich rattenscharf kann man natürlich auch wunderbar mitspielen mit diesem axis lock ne kannst du aufschnippen oder aufschwingen lassen und wieder zuschwingen und auf und zu das kannst du den ganzen abend machen das macht richtig Freude ne sehr toller großer deutsch amerikanischer klopper jetzt ne nach dem umbau hier haben wir ein richtiges carbon dran sehr schön und dann hier noch ein klopper ein 0550er ne auch diese dinger sind nicht nur für die vitrine kann man auch verwenden muss man aber aufpassen ne so wie ich jetzt schon gelesen habe und selber ausprobiert habe nicht alles was so nach Panzer aussieht ne hält auch Panzer aus kann auch mal reinklappen ne wenn man damit mehr macht als nur schneiden aber ich meine wenn diese teile hier schon immer angeboten werden als super robuste allzweck universal survival taktik messer da müssen die halt auch mal ein bisschen mehr abkönnen als nur schneiden sonst kann man ja auch immer nur sowas einstecken sonst gibt es ja kein Berechtigungsdasein Grund für solche riesen klopper von Silo Tolerance und Extrema Ratio und Strider ne wenn die nur teuer sind ja dann sind es halt Sammlermesser man sollte auch was mit denen machen ne manchmal vielleicht auch mal was damit wofür sie nicht vorgesehen sind ne heißt doch sonst immer ne damit brechen Soldaten Munitionskisten auf ja das will ich sehen Urban Legends aber trotzdem ein schönes großes schweres Messer 7,9,050 ja wie ihr seht habe ich gar nicht so viele natürlich habe ich noch ein paar Umfallen wie schon gesagt ne Weihnachten steht ja bald vor der Tür geht ja nur noch acht Monate ne das heißt es sind schon einige Taschenmesser wieder in der Weihnachtskiste und einige in der Verkaufskiste für die Kanalfinanzierung aber das ist so sind immer so mein dreckiges Dutzend die immer wieder mal rotierend zum Einsatz kommen das Buschbeil das kleine sage ich mal mehr in der Küche im Haushalt das hier werde ich jetzt dann als zukünftig wieder mitnehmen in den Wald und so ein Bogenschließen weil ich immer denke ich brauche irgendein neues anderes Fixplate ne brauche ich gar nicht ich habe ja so den geilen FKK 42 zu Hause also werde ich den zukünftig wieder mitnehmen das ist jetzt ein Messer das ich wirklich noch nie verwendet habe mal schauen für was wir das mal hernehmen ja und das hier hat eigentlich dann draußen eigentlich eher immer meine Frau dabei ja das waren sie auch schon die meist verwendeten gebrauchten das Walther CMK ist eigentlich auch noch viel im Einsatz ist aber momentan liegt es im Auto das hat auch schon gut was mitgemacht für ein 5 Euro Messer muss ich wirklich sagen das wird mal das ganze Jahr immer wieder bei jeder Gelegenheit verwendet muss ich nur mal wieder aus dem Auto holen habe ich da liegen gelassen ja Leute das war's SupraCore sein Kanal ist drunter wer noch nicht abonniert hat abonnieren und wer auch ein paar Messerchen zu Hause hat kleines Vorstellungsvideos aller Messer machen und da mitmachen okay Leute ich sage danke für das Rezept wir werden kommentieren an dich natürlich viel Erfolg mit dem Giveaway viel Spaß weiterhin auf die nächsten 600 Abonnenten und wir sehen uns hier bald wieder beim Hebeli auf dem Kanal wenn es was neues gibt und immer schöne Taschenmesserchen mit dabei haben und wenn es auch nur so ein kleines Slipjoint Taschenmesserchen ist sehr sinnvolle Werkzeuge okay Leute genug gequatscht ciao macht's gut bye bye bis zum nächsten Mal Euer Hebeli sagt Tschüss